Der Hahn im Kopf. Gebt es zu, Rona. Tief in euch seht ihr diesen Hahn gern stolz sehen. Vielleicht seht ihr euch gern in Daumenschrauben, wenn euch die Peitsche nicht reicht, Kenway. Am meisten vermisse ich die Fuchsjagd. Natürlich gibt es jede Menge andere... Ich lenke ihn ab. Hey, Flint! Kein guter Schütze. Was, Flint? Ihr müsst es wissen, den ist noch. Wüsste ich nach dem... ...dann er studiert habe. Dann gibt es, wie besessen ihr von ihr seid. Wie viele Männer habt ihr denn vor der Woche auf die Wacht gesetzt zu leben? Was habt ihr erwartet? Dass ich persönlich komme? Ihr übersetzt eure Bedeutung. Ihr seid ein Schweinplän. Oh, seid nicht so zickig, den Smog. Ich mag jeder, die ihren Platz kennen. Listo, para verliebt, fuego! Wie viele Leute. Wir brauchen die Fuchsjagd. Wir brauchen die Fuchsjagd. Wie viele Menschen zack. Wir brauchen die Fuchsjagd. Aber eigentlich war es auch wichtig. Aber wir müssen die Fuchsjagd. Wir brauchen die Fuchsjagd. Die Fuchsjagd mit einem filling. In derいて sie versucht, sie kennt nicht mehr. Sie haben die Fuchsjagd. Aber das ist nicht mehr. Und wieder können sie hinten machen. Hier drüben! Ha! Danilo! Wer trainiert euch? Und ihr schimpft euch kanoniert? Ihr müsst alle einen Zeugen vortreffen. Ich wusste, dass es so enden würde. Jedoch dachte ich immer, unsere Rollen wären vertauscht. Ich würde glücklicher sterben, wenn ich wüsste, es gibt einen Assassinen weniger. Welch ein Jammer, dass wir niemals gemeinsam auf der rechten Seite gekämpft haben. Wollt ihr zwei einen Moment allein sein? Nein, es ist zu spät. Nimm ihn. Sein Charme ist verbraucht. Lassen wir die Erinnerung an ihn auf ewig ruhen. Ich habe mich über die Ergebnisse. Ich habe mich über die Aufmerksamke! Ich habe mich über den Aufmerksamke! Ich habe mich über die Schwerpunkt! Ich habe mich über die Fläche in barrieren! Ich bin ich in der Pflicht! Ich denke mir, ich bin du D�� fit! Untertitelung des ZDF, 2020